Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge des Zweitliga-Checks. Heute Mittag kam ja schon die nächste Episode mit dem VfL Osnabrück online. Heute gibt es ja in Summe drei Folgen und nun machen wir weiter mit der Spielvereinigung aus Fürth. Eine Mannschaft, die meiner Meinung nach super interessant ist für die kommende Saison mit einer relativ jungen Mannschaft, mit viel Potenzial, mit einem sehr offensiven Spielstil und deswegen bin ich sehr gespannt, was das dieses Jahr so geben kann. Und deswegen werfen wir heute einen Blick auf die aktuelle Mannschaft, weitere mögliche Transfers und was man eben auch von Greuther Fürth in der kommenden Saison erwarten kann. All das und mehr im Zweitliga-Check mit Greuther Fürth. Starten wir rein mit dem Blick auf die letzte Saison. Denn dort hatte man ja als Bundesliga-Absteiger Vollmacht zu Saisonbeginn große Probleme. Am Ende wurde man immerhin noch Tabellenzwölfter. Klar, Bundesliga-Absteiger haben es ja immer wieder schwer gehabt in den vergangenen Jahren. Erst recht Arminia Bielefeld im Vergleich zu Greuther Fürth, aber trotzdem war man sicherlich schon eher enttäuscht. Das Kapitel mit Marc Schneider als Trainer hat nicht funktioniert. Alexander Zorniger hat übernommen, passt für mich auch gut hierhin. Und hat eben auch Fürth stabilisiert. Am Ende konnte man sich im ruhigen Mittelfeld so ein bisschen eingrooven und ist am Ende eben dann auf einem zwölften Tabellenplatz gelandet. So richtig zufrieden war man sicherlich aber damit auch nicht. Und deswegen war schon vorher klar, dass sich am Kader ein bisschen was verändern wird. Und bei Greuther Fürth gehört es ja eben auch zur Philosophie, teilweise eben auch gute Spieler zu verlieren. Ein Tobias Raschl, der sich zwar nicht endgültig durchsetzen konnte und nun zum 1. FC Kraslautern gewechselt ist, ist aber sicherlich auch ein Abgang, den man jetzt nicht auf Biegen und Brechen wollte. Immerhin gab es dafür eine halbe Million Euro, kann man sicherlich mitleben. Polo Lu, der in der abgelaufenen Saison keine allzu große Rolle mehr gespielt hat, ist nach Polen gegangen. Ich denke mal nicht verkehrt, dass man das Kapitel endgültig beenden konnte. Max Christiansen war natürlich auf der 6. Position ein wichtiger Faktor. Er wollte zu Hannover 96, Ex-Trainer Stefan Leitl wollte ihn unbedingt haben. Ablösefrei ist er gegangen. Ein Abgang, der meiner Meinung nach mit dann auch am meisten wehtut. Sebastian Griesbeck spielt weiterhin 2. Liga in Braunschweig. Genauso wie Jeremy Dudziak, der eben jetzt für Hertha BSC. Nils Seufert ist nach Österreich gewechselt. Robin Kehr musste leider seine Karriere beenden und Nico Grimms wurde nach Österreich verliehen. Und dann haben wir noch zwei Leihenden mit Marco John zu TSG Hoffenheim und Ragnar Ache zu Eintracht Frankfurt. Und damit kann man unterm Strich sicherlich schon sagen, dass Abgänge wie zum Beispiel von Christiansen, John oder auch Ache schon auch gewisse sportliche Verluste darstellen. Man es aber in Summe auch wirklich noch ganz gut zusammenhalten konnte. Und was mir bei Gräuter führt, dann auch sehr, sehr gut gefällt, sind die Neuzugänge. Natürlich hat man in diesem Sommer auch teilweise mit einigen Laien gearbeitet. Und trotzdem macht das auf mich einen wirklich guten Eindruck. Jomain Konsburg ist von Arminia Bielefeld gekommen. Ablösefreier, zentraler Mittelfeldspieler, 21 Jahre alt, der in einer sehr, sehr schwachen Bielefelder Mannschaft sich aber trotzdem noch wirklich gut entwickelt hat. Für mich ein Transfer ohne großes Risiko. Da hat Susi auf jeden Fall einen wirklich guten Job gemacht. Ansonsten hat man sich Dennis Srebreni geschnappt. Vom SC Paderborn ablösefrei gekommen. Mit seinen 29 Jahren erfahren, kennt die zweite Bundesliga sehr, sehr gut. Und auch wenn er beim SCP eher nur noch Rotationsspieler war, kann das glaube ich ein Neuzugang sein, der durchaus überraschen wird. Überraschen kann meiner Meinung nach auch Kerem Czalanuklu. Ich selber bin ja Schalke 04 Fan, verfolge somit auch seine Karriere schon etwas länger. Und bin auch der klaren Meinung, dass Czalanuklu das Zeug zum Stammspieler auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga hat. Und zum Spielstil von Alexander Zorniger auch super passen kann. Mit seinen 20 Jahren, zudem noch weiteres Entwicklungspotenzial, relativ günstig geschnappt. Ein sehr, sehr interessanter Transfer. Mit Orestes Kiyomotsuglu hat man dann nochmal einen neuen Sechser hinzugeholt mit einem nicht ganz so einfachen Namen. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs vernünftig ausgesprochen. 25 Jahre alt, Deutsch-Grieche. Er ist aus Schottland nach Deutschland zurückgekehrt und kann eine sehr, sehr gute Verstärkung für die Sechser-Position nach dem Abgang von Christi Jansen sein. Tim Lemperle hat man dann noch vom 1. FC Köln ausgeliehen. Flexibler Offensivspieler. Auch Jonas Urbig wurde vom FC ausgeliehen. Keeper, der bei Regensburg ganz gute Leistungen gezeigt hat. Und Robert Wagner hat man sich vom SC Freiburg ausgeliehen und damit eben drei Laien getätigt von jungen, interessanten Spielern, die aber trotzdem auch schon jetzt Fähigkeiten mitbringen, Gräuter für zu helfen. Und deswegen bin ich der klaren Meinung, auch wenn man vor allen Dingen viele junge Spieler geholt hat, bis vielleicht auf Srebreni und Kiyomotsuglu, hat man da schon echt gute Deals eingefädelt. Und ich aus neutraler Sicht würde dann eben als Fürth-Fan damit auf jeden Fall schon sehr zufrieden sein. Und damit werfen wir mal einen Blick auf den kompletten Kader, um natürlich auch vielleicht zu erkennen, wo es dann noch die eine oder andere Baustelle gibt. Im Tor ist das sicherlich nicht der Fall. Andreas Linde war die Nummer 1 der vergangenen Saison, bekommt natürlich nur mit Jonas Urbig nochmal ordentlich Konkurrenz. Aber damit hat man eben auch zwei Keeper, denen ich persönlich die Nummer 1 auch zutrauen würde. Leon Schafran und Lasse Schulz hat man dann noch dahinter. Auf der rechten Abwehrseite haben wir Simon Aster. Ich mag ihn sehr. Als Spielertypen hat sich ihn führt, echt gut entwickelt. Und vor allem auch unter Zorniger nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Marco Meierhöfer, der ja eigentlich schon auch eine hohe individuelle Qualität hat, auch im Bundesliga. Ja, ohne Verletzung hätte man sicherlich viel mit ihm geplant. Und eben auch für die kommende dann Zweitligasaison, die jetzt vorbeigegangen ist. Mal gucken, in welche Richtung er sich dann noch entwickeln kann. Und Oalit Mandi hat man dann auch noch als jungen rechten Verteidiger. In der Innenverteidigung haben wir natürlich Damian Michalski sehr, sehr starken Beginn gehabt in der abgelaufenen Saison. In der Rückrunde ein paar Probleme gehabt. Gideon Jung natürlich sehr erfahren, kann auch genauso gut als Sechser spielen. Und Maximilian Dietz aus der eigenen Jugend. Interessant wird es bei Usama Haddadi und Luka Itta. Denn beide können sowohl als Innenverteidiger und als linker Verteidiger spielen. Bin sehr gespannt, wie dort die Einsatzminuten so verteilt werden. Denn Kerem Czalanuklu ist natürlich so oder so für die linke Seite eingeplant. Eingeplant haben wir natürlich auch zentrale Mittelfeldspieler. Und das sind eben Kiyomor Zoglu für die 6. Position, Wagner, Konsbruch, Rebiger, Green und Angleberger für die 8. Position und Lukas Petkov als 10er. Damit natürlich auch im Vergleich zu den Zweitligisten, die wir bislang so gesehen haben, nicht das breiteste Mittelfeld. Man muss aber auch dazu sagen, dass es bei Fürth sehr, sehr gut möglich ist, dass man eben auch ohne Flügelspieler spielt. Das ist zumindest typisch Zorniger, auch typisch Fürth der vergangenen Jahre. Und dann eben mit 3 oder 4 zentrale Mittelfeldspielern. Und dann kann das in der Spitze auf jeden Fall schon so passen. In der Breite muss man dann natürlich nochmal gucken. Im Sturm haben wir dann den Kapitän Branimir Rogota, Amindo Sieb, von dem ich ein großer Fan bin. Ich mag ihn sehr als Spielertypen. Neuzugang Tim Lempale, Neuzugang Dennis Rebbeni und Dixon Abiyama. Und genau daraus habe ich jetzt mal die mögliche Startelf gebastelt von Alexander Zorniger. Und mich dort mal auf das 4-4-2 System mit Raute bezogen. Natürlich wäre es auch genauso gut möglich, dass man eben dann beispielsweise 3-5-2 agiert. Auch das kann ich mir gut bis sehr, sehr gut vorstellen. Auch das würde durchaus Sinn machen. Dann würde zum Beispiel ein Gideon Jung auf die zentrale Innenverteidigerposition rücken und dann ein zentraler Mittelfeldspieler rausfallen. Vielleicht dann erstmal Jomain Konsbuch als Beispiel. Ich wollte aber jetzt mal gerne in diesem System mit Raute die ganze Geschichte planen. Denn für mich hat Fürth, auch wenn im zentralen Mittelfeld ein bisschen die Breite fehlt, dafür in der Spitze dort schon eine echt gute Qualität. Im Tor, glaube ich, wird Linde erstmal als Nummer 1 in die Saison hineingehen. Sollte es bei ihm noch einen Abgang geben, hätte man natürlich Urbich dafür. Sollte er bleiben, hätte man einen sehr, sehr guten Konkurrenzkampf. Konkurrenzkampf gibt es auch bei den Außenverteidigern. Für mich ist Simon Aster ganz klar gesetzt. Er ist für mich zwar auch ein rechter Verteidiger, der das Zeug hat zu einem anderen, größeren Verein zu wechseln. Da ist es aber aktuell relativ ruhig. Bleibt er an Bord, passt er perfekt zur Spielidee von Zorniger. Meierhöfer muss sich deswegen erstmal hinten anstellen, könnte aber auch durchaus den linken Verteidiger geben. Genau dort glaube ich dran, dass Kerem Chalanuklu ein passender Spieler ist. In der Dreierkette glaube ich sogar nochmal mehr an ihn, weil ich finde, er ist ein super interessanter Schienenspieler. In der Viererkette gibt es dann natürlich mit Hadadi und Itter nochmal deutlich mehr Konkurrenz. Denn die sehe ich einfach defensiv stärker. Und vielleicht werden auch am Ende erstmal beide Staaten und Chalanuklu auf der Bank sitzen. Weiter natürlich auch Führungsspieler in einer Startelf Braus. Und da gehört neben Rogota auf jeden Fall auch ein Hadadi zu. Genauso aber auch wie ein Gideon Jung oder ein Meierhöfer. Deswegen ist mir das durchaus bewusst, dass ich jetzt hier auch sehr, sehr viel auf junge Spieler gebaut habe. Finde aber auch den Ansatz dann durchaus interessant. Denn Itter wäre dann bei mir der linke Innenverteidiger. Und daneben eben Michalski, Dietz, Jung und eben Hadadi wären dann hier weitere Möglichkeiten. Auf der 6er Position fehlt natürlich Stand jetzt Orestes, Kiyomotzuglu noch angeschlagen. Wenn er fit ist, ist er für mich möglicherweise dort aber schon auch gesetzt. Robert Wagner, er ein 8er, könnte dann hier die Alternative erstmal zum Saisonstart sein. Auf den beiden 8er Positionen sehe ich nämlich Green auf jeden Fall vorne. Konsbruch kann ich mir auch vorstellen, dass er auch zügig funktionieren wird. Rebega muss auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen. Ist ja mit sehr viel Vorschusslorbeeren gekommen. Und muss jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Ticken mehr zeigen. Interessant wird es auch bei Abiyama. Denn er ist ja nominell Stürmer. Wird zum Saisonstart auch erstmal rot gesperrt noch fehlen. Und was ganz interessant war, Zorniger hat ja die Idee durchaus auch mit Abiyama mal als linken Schienenspieler zu spielen. Und das wäre sicherlich durchaus spannend. Deswegen habe ich ihn jetzt mal hier als Alternative hinter Green hingeschrieben. Wäre natürlich nicht seine Paradeposition. Damit haben wir aber jede Position im Mittelfeld und der Offensive doppelt besetzt. Denn auf der 10 sehe ich Petkov erstmal vorne. Ich mag ihn als Spielertypen. Man könnte aber auch hier mit Rogota spielen. Dann wäre ein Platz mehr im Sturm frei. Beispielsweise für Sieb. Denn auch den sehe ich eigentlich sehr, sehr nah dran an der ersten Elf. Srebreni könnte ich mir dann als Neuzugang in der Startelf vorstellen. Lemballe wäre hier der Herausforderer. Natürlich muss man auch dann mal gucken bei den jungen Spielern. Und dann haben die und auch Angelberger welche Rolle die so einnehmen können. Und dann gibt es aber natürlich auch noch im Kader ein, zwei Baustellen, auf die ich mal gerne blicken würde. Und das mit den aktuellen Gerüchten. Gut, ganz aktuell sind die beiden Namen nicht. Ragnar Ache fürs Sturmzentrum und Dugan Erdogan fürs Mittelfeldzentrum. Aber es sind zumindest mal die Gerüchte, die es dort noch in den letzten Wochen mal gab. Konkret ist aktuell nichts. Das liegt auch daran, dass Rashid Azusi gesagt hat, man sieht aktuell keine Baustellen. Es sind statt jetzt keine weiteren Transfers geplant. Und trotzdem gibt es viele Fans, die sagen, ja wir brauchen schon da und da nochmal ein bisschen mehr Kaderbreite. Vor allem auch in der Innenverteidigung soll eigentlich noch jemand her mit etwas mehr Tempo. Dafür müsste aber entweder vielleicht noch erst wer gehen oder man würde doch vermehrt auf Dreierkette setzen. Hier gibt es aber auch keine Gerüchte. Ragnar Ache sehe ich auf jeden Fall weiterhin als interessant an. Klar, der Sturm ist grundsätzlich gut aufgestellt. Trotzdem fände ich eine weitere Option nicht verkehrt vom Spielertypen Ragnar Ache. Denn den hat man so einfach nicht. Und zudem hat natürlich auch Ache in Fürth in der vergangenen Saison überzeugt. Das kann auf jeden Fall schon sehr, sehr gut zusammenpassen. Viele wünschen sich auch noch zudem ein Sechser oder generell nochmal eine breitere Verstärkung im Zentral-Mittelfeld. Dugan Erdogan wurde hier gehandelt. Das Gerücht ist nicht mehr wirklich heiß. Trotzdem weiterhin sicherlich ganz interessant, weil er eben ablösefrei ist. Und somit ein passender Neuzugang sein kann als eben dann eine Option. Und Gerüchte um Abgänge gibt es aktuell auch keine konkreten. Denn der Kader steht eben größtenteils. Es gibt ab und an mal ganz lose Gerüchte um Itter, Michalski oder auch Linde. Wirklich konkret ist da aber nichts. Konkret ist dann natürlich dann schon die Trainerposition. Denn dort sitzt natürlich Alexander Zorniger. Und meiner Meinung nach sitzt er dort auch fest im Sattel. Im Oktober hat er von Marc Schneider übernommen. Er hat die Mannschaft stabilisiert und eben auch ihr eine klare Spielidee mitgegeben. Zorniger ist natürlich einer, der auch weiterhin für sehr, sehr intensiven Fußball steht. Mit im besten Falle auch Offensiv-Power. Und für mich passt das aber auch sehr, sehr gut zum Team. Zorniger ist natürlich auch einer, der auf junge Spieler setzt. Genau das will man ja auch. Man will Spieler entwickeln. Und dafür ist Zorniger der richtige Trainer. Für mich bildet er auch einfach ein gutes Duo mit Azusi zusammen, der eben dann als Manager mit ihm immer wieder zusammenarbeitet. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man gut in die Saison hineinschattet, dass auch dann Gespräche über eine Verlängerung schon bald beginnen werden. Und somit kommen wir zum Abschluss natürlich auch nochmal zum Saisonziel. Zur Zielsetzung, was kann man erwarten von Gräuter führt. Und ich glaube, letzte Saison wusste jeder nach dem Bundesliga-Abstieg, dass man sich erstmal stabilisieren muss. Trotzdem war man auch dort sicherlich in Summe enttäuscht. Ich glaube, dass auch deswegen das obere Tabell-Mittelfeld ein realistisches Ziel ist. Man hat eine gute Mannschaft, einen passenden Trainer und will junge Spieler entwickeln. Für mich macht die Spielvereinigung Fürth eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit und könnte den einen oder anderen auf jeden Fall überraschen. Natürlich schwimmen sie auch so ein bisschen unter dem Radar, weil es jetzt eben nicht der Klub ist mit der größten Fanbase, mit den emotionalsten Fans vielleicht auf den Rängen. Nicht böse gemeint. Ich glaube, Fürth da wissen selber, wie ich das jetzt gerade meine. Und trotzdem ist das für mich ein Verein, der einfach sportlich seit Jahren eine richtig, richtig gute Arbeit macht. Und der auf jeden Fall das Zeug hat, vielleicht auch Richtung Oberest-Tabellendrittel mit ein bisschen Glück schielen zu können. Oberest-Tabell-Mittelfeld, Platz 7 bis Platz 10. Ich denke mal, das ist aber erstmal eine realistische Zielsetzung. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu Gräuter Fürth in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? In welche Richtung wird es sich beim Kleeblatt entwickeln? Ansonsten könnt ihr auch mal sehr, sehr gerne abstimmen, was ihr denkt, auf welchem Platz Gräuter Fürth landen wird. Das machen wir ja in jeder Folge. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar. Und dann kann ich eben daraus eine sehr, sehr interessante Zuschauertabelle basteln, wo wir eben auch zu jedem Team über 100 Stimmen bislang haben. Und das gibt natürlich dann schon einen sehr, sehr guten Eindruck im Durchschnitt, wo eben auch welche Mannschaft landen könnte. Ansonsten war ja das heute die zweite Folge vom Bundesliga-Check am Tag. Heute Mittag Osnabrück, jetzt eben Gräuter Fürth. Und gleich gibt es dann auch nochmal die nächste, denn der Saisonstart rückt immer näher. Anders geht es nicht her vom Uploadplan. Da müssten auch teilweise mal drei Teams pro Tag kommen. Und heute gibt es dann auch nochmal einen Zweitliga-Check für den 1. FC Magdeburg. Also schaut auch dort gerne wieder rein und dann sehen wir uns in dem Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.